Lasst uns hören, was ist die Aqida der heutigen Asha'ira? Ihr sollt wissen, die Asha'ira haben auch Phasen. Die früheren, die früheren unter den Asha'ira waren ohne Zweifel besser als die heutigen. Denn die späteren Asha'ira, die meisten, die wir jetzt hier so vorfinden, liebe Geschwister, sind im Bereich von Al-Qadr, das heißt von der Vorherbestimmung, sind sie Jabriya. Das heißt, sie vertreten die Ansicht, wal-Iyadu billah, dass ein Diener gezwungen ist zu all seinen Taten. Er hat keine freiwillige Handlungsmacht. Er ist gezwungen, wie eine Feder, die durch den Wind gewirbelt wird hin und her. Katastrophe. Ahl-Sunnah sagen so etwas nicht. Und sie haben im Iman, im Glauben, haben sie die Aqida der Murji'ah, wie auch die Ahbash, was wir auch schon deutlich gemacht haben. Das heißt, sie sagen, Al-Iman ist, dass man mit der Zunge spricht und im Herzen daran glaubt, aber die Taten sind bei ihnen nicht ein wesentlicher Baustein. Das ist die Aqida der Asha'ira im Iman. Und bezüglich Namen und Eigenschaften sind sie Mu'attila. Das bedeutet, sie leugnen die Eigenschaften Allahs, azzawajal, außer sieben. Ich weiß jetzt, was ihr sagen wollt. Also nicht die Asha'ira, sondern die anderen. Wieso sieben? Wenn man einen bestätigt, muss man alle bestätigen. Das ist das, was eigentlich jeder versteht. Aber warum die sieben? Wir kommen dann später dazu, weil das auch mit dem Verstand zu tun hat. Seht ihr? Der Übel von allem. Wenn du den Verstand über die Religion setzt, dann sagst du, was für Allah erlaubt ist und was nicht. Das heißt, diese Asha'ira leugnen alle Eigenschaften Allahs, außer sieben. Und natürlich, dass Allah über dem Thron ist, das leugnen sie. Dass Allah eine Hand hat, leugnen sie. Und, und, und. Viele Dinge, die wir von Ahl-Sunnah bestätigen. Schaut mal, was nur Abu'l-Hassan al-Ash'ari selber sagte, bezüglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Er sagt in Al-Ibana, im Band 1 auf Seite 108, وَقَدِ قَالَ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ الْمُعْتَزِلَى وَالْجَحْمِيَا وَالْقُرُرِيَا Und einige unter den Mu'tazila, schaut mal, wie er sich von ihnen losgesagt hat, und Jahmiya und den Jahmiya, die wal'iyadu billah, die übelste unter allen Gruppierungen ist. Und ich habe das schon in der Widerlegungsreihe der Ahbash, gegen die Ahbash. Sie haben praktisch die Essenz von der Jahmiya. Die sind auch Leute, die alles leugnen, was Allah subhanahu wa ta'ala an Eigenschaften hat. Und nochmal, ihr Führer hat sogar eine üble Ridda gemacht, ist übel von der Religion abgefallen. Und er sagt, Abu'l-Hassan al-Ash'ari, dass sie sagen über den Vers, Al-Rahman, der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Sie sagen, er hat mehr oder weniger den Thron eingenommen, in seine Herrschaft übernommen. Also, subhanallah, schaut mal, was er weiter sagt. Und sie sagen, jetzt erzählt Abu'l-Hassan al-Ash'ari selber über die Irr-Aussagen, über die Irrlehren dieser Sekten. Und sie haben verleugnet, sie haben verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinem Thron erhoben hat. Warum vertrittst du nicht die Ansicht von Abu'l-Hassan al-Ash'ari? Er sagt, das haben doch die Leute der Wahrheit gesagt, dass Allah sich über dem Thron erhoben hat. Das waren die Leute der Wahrheit. Und manche haben sogar gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Istiwa gemacht hat, ist mehr oder weniger, dass er hier seine Macht benennt. Wenn das wirklich so wäre, wie sie es erwähnen, so würde es gar keinen Unterschied zwischen dem Thron und den sieben Erden geben, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht über alles. Ja, sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht über dem Thron erhoben, was die heutigen As-Sha'irer sagen. Was die heutigen As-Sha'irer sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht über dem Thron erhoben hat. Und darüber habe ich schon die ganzen Beweise bei der Widerlegung gegen die Ah-Bash angeführt, liebe Geschwister. Das ist Ijma' und der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, ohne Zweifel. Abu'l-Hassan al-Ash'ari sagt das in Al-Ibana, nochmals, im Band 1, Seite 108. Aber subhanallah, jetzt für euch sind das As-Sha'irer? Nein, für mich nicht. Für mich sind sie immer noch Kullabiyah. Das heißt, sie haben der zweiten Phase von Abu'l-Hassan al-Ash'ari gefolgt. Nicht der ersten Phase, wo er Mu'tazila war, wo er Mu'tazili war in 40 Jahren. Und auch nicht der letzten Phase, wo er zum Weg der Salaf zurückgekehrt ist, sondern sie sind auf dem Weg von Kullabiyah zwischen Mu'tazila und Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Das ist nicht der Weg der Salaf. Er sagt, sie haben verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über dem Thron erhoben hat, wie die Leute der Wahrheit sagen. Und sie haben mehr oder weniger gesagt, Al-Istiwa ist die Macht Allahs. Und wenn dieses so wäre, dann würde es keinen Unterschied geben zwischen dem Thron und den sieben Erden, weil Allah subhanahu wa ta'ala über alles die Macht hat. Ich will es auch nicht zu lange für euch machen, liebe Geschwister, damit wir Schritt für Schritt diese Sekte auch widerlegen. Jetzt haben wir heute gehört, dass denjenigen, denen sie sich zuschreiben, er kam fast 300 nach der Hijra. Thema ist, wie gesagt, eigentlich gegessen, aber wir wollen den Leuten nicht ihren Spaß nehmen. Dann zweite Sache ist, dass wenn etwas Neues gekommen ist, nach der Vollendung der Offenbarung, wen interessiert das? Nummer drei, obwohl Abu'l-Hasan al-Ash'ari wie nicht nur wenige Gelehrte, viele Gelehrte sagen, zu dem Weg der Salaf zurückgekehrt ist. Und er Imam Ahmad gelobt hat, dann bitte, warum nennt ihr euch noch As-Sha'irah? Subhanallah, wisst ihr, was Unrecht ist? Dieser Mann hat Fehler im Leben gemacht. Möge Allah ihm dafür verzeihen. Und das, was wir vertreten, walhamdulillah, und Fehler unserer Shuyuk, ist, dass er zurückgekehrt ist zu dem Weg. Natürlich gab es manche Shuyuk, die haben gesagt, er hat nicht komplett den Weg der Salaf angenommen, aber er hat einen Großteil geändert, von worauf er damals gewesen ist. Okay, wie gesagt, auch wenn er sich nicht geändert hat, was schadet das dem Weg der Salaf? Nichts. Deswegen will ich auch gar nicht in diese Diskussion hereingehen, liebe Geschwister. Ob nicht und dies und das. Fakt ist, ob Abu'l-Hasan al-Ash'ari oder jemand anderes gekommen ist, nach all den Jahren der besten Generationen, die Akida ist schon geschrieben, wurde schon geschrieben und niemand wird auf den Gedanken kommen, die Sahaba, ihre Schüler und Schüler zu lassen, für die, die später gekommen sind. Niemand. Niemand, der seine Religion verstanden hat und der weiß, was der Ursprung dieser Religion ist und der an dem Hadith festhält, wo der Prophet SAW sagte, die Besten sind in meiner Generation. Und dann die Darauffolgende und die Darauffolgende. Bitteschön. Aber er hat doch die Wahrheit angenommen, wer Abu'l-Hasan al-Ash'ari hat. Und dazu gehört, auch Charisma, die Wahrheit anzunehmen, liebe Geschwister. Und daraufhin sagen sie, nein, 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 nein. Wir folgen Abu'l-Hasan al-Ash'ari, das ist Lüge. Weil würdet ihr ihm folgen, hättet ihr auch das geändert, was er selber bei sich geändert hat. Wir folgen Abu'l-Hasan al-Ash'ari, aber wir bleiben auf seinem mittleren Weg, in der zweiten Phase sozusagen. Al-Kullabiya, wie man sagt im Arabischen. Weil er bei diesem eben Kullabi gelehrt hat. Wir haben den Titel genannt, die Widerlegung der Ash'ari. Diese Sekte ist von Grund aus falsch. Habt ihr jetzt verstanden, warum sie von Grund aus falsch ist? Sie dürften gar nicht so heißen. Aber wir spielen mit. Walhamdulillah. Wir wollen keine Spielverderber sein. Das nächste Mal, Wir haben einige Scheinargumente gegen die Ash'ari. Und zwar, dass sie behaupten, sie würden 90% der muslimischen Gelehrten ausmachen. Und dass sie behaupten auch, dass bestimmte Gelehrte ihnen zugeschrieben werden. Und wir werden ihre Scheinargumente widerlegen. Widerlegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur sieben Eigenschaften besitzt. Und dass es eine Bid'a-Hasana gibt, wie sie behaupten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Wahrheit befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir. Und von As-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa bihamdik. As-shadu an la ilaha illa ant. As-saghfiru wa wa-tubu layk. Allahumma s-shadu.